hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute meine freunde spielen wir mal clash royale und das habe ich ja vor ein paar monaten anrufen doch zu beginnen denn zu beginn der herbstferien war es und möchte ich einfach dachte ich mache ein youtube davon und auf dem pc und ja wir sind hier im ausbildungsbereich hier und jetzt willkommen los geht's hallo hallo und jetzt wissen wir mal ich hab halt nur ein bisschen mit gespielt wir privat auch manchmal schon jahre auch in der schule im bus und so ich hoffe es nicht so laut an uns stellen so riesen hier mein chicken vielleicht ist es ein bisschen zu laut oder? ich weiß es nicht ich kann es leider nicht abschätzen nach der rede da sind und jetzt sind wir jetzt mal mit den grünensten Charaktie am Feuerball ich muss das mal gleich mal aktuell oder in der nächsten folge nochmal Die Musik unterstellen, also die Sounds Muss ich gleich mal machen nach der Aufnahme Wollte wir sie noch ein bisschen zum Maushalten hier Und ja, war nicht so schwer Sehr gut Dann sind wir nun im Dingenson hier Können wir mal die Kissen öffnen Da sind die Juwelen Wegen Minecraft halt Ich habe ein bisschen Gold Ich habe hier zwei Pfeile Wir können verbessern, wenn wir wollen Ich weiß es nicht Pfeile benutze ich eigentlich nie Ritter auch nicht Einmal den Ritter verbessern hier Ich habe die Kissen Weg Und dann kann man hier draufklicken Nochmal kämpfen hier Ich bin jetzt verteidigt Das kann ich ja am besten Na und jetzt Mal gucken was passiert Ein paar Kobolde hier Ne, ich bin nur Riesen Ey ich will keinen Ritter Was soll ich mit einem Ritter Ich will keinen Ritter Ich will keinen Ritter Jetzt haben wir die weg hier Ja, die Blätter auch nicht Bumm, das ist nicht easy Ich weiß auch, kann ich nicht Schützen Mal gucken wie Leute kommen Vielleicht kommen Dann hat die immer noch so'n Feuerfahrt oder Flickabat Beste Karte im Spiegel Sollten wir eigentlich Widerstand hier nicht mitbringen Oder? Hooray! Was ist das? Ja, so ein guter, kleiner Skeletor hier... Wir haben hier durchgekloppt mit einem riesen... Ich würde manchmal kämpfen, als hätte er jetzt... Er zertritt hier einfach... Aber wir haben noch ein paar sicher... Wir haben jetzt wieder einen Ritter... ... und dagegenhalten... Wie machen wir das hin? Ich denke ich habe einen Feuerball... ... und die Ball... ... und wie weit der Ritter kommt... ... ich immer wieder so einen Bruder... ... und so mal hin... ... und die Vertrezung... ... und einen Feuerball... ... den ich nicht mehr fassen kann... ... und jetzt sollten wir jetzt hier drin sein... ... und dann gehen wir hier in den Sieg... Perfekt... ...enn wir öffnen... ... geht ja sehr, sehr schnell... mit fünf Sekunden... ... und so... da kann man die aber gut gebrauchen privat auch immer drin in meinem aktuellen kann steck aber das habe ich zum beispiel in dem fall haben wir diese hier auch nicht wie zum beispiel hier im prinz auf jeden fall drin wenn ich noch trinken pecker habe ich drin hier an die leyen die leyen hier diese hier auch noch drin urbeul da habe ich nur auf jeden fall auf holt was macht man hier weiter diesen kampfteck und über diese musketieren hier und da werden wir auf jeden fall kämpfen machen wir das nächste mal hatten kombinieren seinen riesen unterstützung habe ich mich jetzt in der feuerwahl die feuerwälde sind cool mal gucken wie weit die kommen soll ich nicht schaffen ja ich wollte den ritter da platt am besten na verdammt da 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 äh der riese der bewegt sich nicht mal er auch nicht mal zu da da ich kann ja noch ein dritter neben mir bei Nord da ein paar blöbel schutz haben wir hier rein und 2 tritter wegen dritter Verdammt! Das gibt's doch nicht! Das riecht nach Feuer, wenn das so weitergeht Jetzt müssen wir ihn zerstören, komm schon! Ich mach ihn alle! Verdammt! Komm schon! Voll! Mal gucken, wie soll ich auch mal ausrasten werde, weil wir nicht direkt hier Und mal Feuerball hier rein schicken Das ist doch cool! Mein Kuss mit hier Voll! Und ein Riesen! Das noch mal ein Feiler hat Und Feuerball! Ich seht schon, ich bin der beste Cliffbearer in der anderen Zeit Das ist mir nur ein Auge für die Feuerwehr So, jetzt soll ich mal hier den Turm platt kriegen Ich bin auch hier von sehr Wunder Und ich muss das machen So, jetzt ist er ja auch dran Und wie muss ich denn mit dem Turm? Ich hoffe, denn... Ich bin weg! Und wieder ein erneuter Sieg Das war weiter Ich bin hier in Hertha schon Aber ich bin dann noch ziemlich gut Ich sag mal das nächste Mal, oder? Ich bin hier in der anderen Gegner Oh! Tja, mein lieber Ja! Hele! Ja, ja, ja! Perfekt! Die beiden Seiten jetzt hier Jetzt ist hier nur wieder Feuerball hier Wow! Was ist da denn denn was hier? Da hat man keine Chance Da hat man keine Chance Aber natürlich hat man noch einen Feuerball Das ist eine bessere Strategie Oh oh! Ich bin schon, wo ich halt plötzlich herkomme Na Okay Ja, da ist doch Das war klar Wir muskelten Tiere nochmal hier rein Ganz rein dann Oh, da kommt Hurboit auf der andere Seite Ein Schadenhacer Mit der Turmion hin Die 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 entfernen Der hab ich mal Der Freibald ist cool Der ist ever Der stammt super Der stammt einfach mal rein Der kann mal noch mehr rein Mal mehr rein Perfekt Noch einen Bodenschutz noch mal hier drauf schicken Ah, ich werde doch nicht mehr auf diesen Tor Ich werde ihn ja weg haben Ich werde jetzt mal den Feuerball jetzt drauf schicken Jetzt ist es hier kommt, jetzt noch mal so einen... Die muss schufen, ne? So einen Bodenbeleger Ach, na klar Deswegen hier so... Immer mal Bodenschutz nicht mehr da drauf Jetzt geht immer auf den anderen, oder? Ach, das ist ja so blöd Warum geht die anderen von den Turmen raus? Gibt's noch nicht Das ist ehrlich Ach, das gibt's noch nicht Ich muss den Feuerball einladen, das ist ja unbeleid Nein Ich habe den Turmen verloren, vielleicht im Gegensicht hier Konter Wenn wir den Feuerball eigentlich haben, bringe ich ihn ja nicht mehr Ich zieh ihn nicht mehr, 2, 1, 2 Egal, aber sowas waren trotzdem welche Nein Okay So, jetzt können wir hier so einen Namen eingeben Äh Manchmal muss man eben hier so... Street... Oder irgendwie... Street... Streetmaster 2000 einfach? Geht das? Na, natürlich nicht Eben 20000 2K So Perfekt Ach so, Streetmaster 2K Und... Ähm... Ja, ich würde sagen, einen machen wir glaube ich noch Oder ich weiß, wie lange die Aufnahme geht Das ist ja nochmal Okay, letzte Herausforderung Ich muss noch Feuerball eins hinschicken Das ist mein... Das ist mein... Okay, ich war ja Hier habe ich Feuerball Sonst nix Ich habe ein bisschen gekonnt, dass ich am Anfang noch ein bisschen scheiße bin Wie das sonst spiele ich hier normalerweise mit dem Handy Ich bin kein CC hier mit Mons und so, ne? Ja Aber ich denke... Ich muss jetzt irgendwie so einen Feuerball haben Läuft das So Dann muss man links hier nochmal rein Dann müssen wir ein bisschen Attacke hier Äh... Scheiß Pfeile, ey Ich kotze die Maure an Wie viele Pfeile ist da eigentlich, ey? Das gibt's doch gar nicht Jetzt will ich mal eine Rechteattacke sehen hier Ja, jetzt... Aber jetzt muss was drin sein Ich habe schon den Feuerball aufgeladen Was anderes... Nein Was anderes... Oh, oh... Ich will jetzt mal kurz hin Da vorne... Oder? Ich bin doch nicht auch Oh... Das ist ja... Der Riese macht wieder ALLE Platz Ich muss mal nachlegen... Ach... Tach... Wo kommen die Pfeile halt auch mal her? Oh... Wir werden Feuerball... Was anderes habe ich leider nicht gelernt... Tut mir leid... Ich kann nur Feuerball... Sonst Feuer gewinne ich nicht... Oh... Bitte, bitte, bitte... Oh... Gib's doch nicht... Dann können wir ja die Feuerbälle rein... Die Todenschützer rein retten hier... Oder? Feuerball... So... Wollen wir lieber jetzt hier drauf... Weg... Naja... Das ist eine Attacke hier... Die Riese im Alleyen geht mit... Die Biskuttiere... Oh... Ich weiß nicht... Jetzt muss ich nochmal ein... Durch... Der Feuerball... Ich kann jetzt mal gewinnen hier... Komm... Schauen... 0-3... Perfekt... Sehr gut... Cool... Jetzt... Ok... Na ja... Und das war's... Hier alles... Und jetzt kommen wir hier... Cool Station... Mal hier... Oh... Ah... Arina 1, ne? Und... Und... Das kann man hier noch so... In die Rechnung... Nein... Was ist hier? Keine Ahnung... Quest... Kann ich mal ein Radius-Rommer abholen? Why not... Und... Sperr-Kobold... Ist auch gut... Oh... Schiebe war super... Ich wollte nicht... Ah... Alles... Obwohl... Ist auch gut... Und natürlich... Der... Feuerball... Der ist wichtig... Das war noch verbessern... Diese Folge... Ist auch richtig geil... Sind zwar... Perfekt... Sehr gut... Dann würde ich sagen... Was gewesen ist... Und diese erste Folge... Kleine Sprung hier ein... Das hat gesagt... gefallen hat... Und das ist eine positive... Abonni vergessen... Und tschüss... Auf... ifiable... Wenn es einen Teil davon ist... uns... ... So...